Willkommen am Walschgrund. Tja, die letzten Wochen, Monate war es ein bisschen ruhiger um mich. Ihr seht es vielleicht. Viele graue Haare. Ja, mich hat es gesundheitlich ein bisschen zurückgeschmissen. Somit wird 2024 mein Jahr der Entspannung und es wird ruhiger werden. Zumindest mich und den Walschgrund. Ab und zu werde ich schauen, dass ich euch natürlich ein Video raushaue. Aber die Doktor sagt schon einen. Und die Yvonne sorgt auch dafür, dass ich das mache. Tja, ihr seht es. Alles ruhig. Ich fahre mein Lino noch. Ich wollte eigentlich wegräumen. Das Glashaus steht nicht, die Autoküche ist noch nicht gemacht und das Modus nicht fertig. Aber ja, oft kommt es anders, als man denkt. Und der Punkt ist auf einmal da gewesen, dass alles anders ist. Dafür hier. In diesem Sinne. Bis die Tage wird gleich.